Yo, was geht ab Leute, Frapeshadi hier und zwar zeige ich euch heute mit einem Kollegen, wie ihr unendlich viele RPs bekommen könnt. Was heißt unendlich? Das sind so genug halt. Da, wie ihr sehen könnt, da spawnen halt ein paar Bots da hinten. Die schießt ihr ab, da sind ungefähr 20 Stück, von jedem bekommt ihr 25 RP. Und dann liegen hier ein paar Kisten rum hier, euer Freund sammelt sie auf, gebt sie einmal da hinten ab. Einmal nur, so wie ihr sehen könnt. Rechts unten könnt ihr ja sehen, dass er sie abgegeben hat. Und genau, dann sammelt er sie nur noch einmal auf, wie ihr jetzt sehen könnt. Er sammelt sie nur auf und ich gebe sie jetzt dreimal ab, weil ich bin der im Gewinnerteam. Ich bin der, der gewinnt. Und oben in der Leiste könnt ihr ja sehen, dass man hier richtig schön EP bekommt. Das ist auf einen Schlag einfach sauviel. Also immer dieses Team, das was auf die Tank schießt, das ist hier. Wenn ihr hier spawnt, dann schießt ihr auf die Tanks. Wenn ihr da drüben rechts im Bild spawnt, dann schießt ihr nicht auf die Tanks. Ihr wartet jetzt, wie ihr jetzt sehen werdet, auf euren Kollegen, bis er fertig geschossen hat. So, jetzt kommt die zweite Runde. Ihr müsst auf sieben Runden einstellen am Anfang. Da steht immer eine Runde, ihr stellt auf sieben Runden ein. Gebt kein Geld aus, gibt nichts aus. Einfach nur starten, nur sieben Runden einstellen. So, ihr spawnt jetzt hier drüben. Auf dieser Seite halt. Und euer Kollege schießt auf die Tanks. Ihr wartet jetzt so lange, bis euer Kollege auf die Tanks geschossen hat. Dann hört ihr eine große Explosion und dann rennt ihr los. So, jetzt fängt das alles wieder an. So, wie ihr sehen könnt, links die Koffer, die gehören uns. Euer Kollege schießt. Boom, es explodiert. Dann fangt ihr an zu rennen, weil ansonsten könnt ihr euch ja auch killen. So, ihr sammelt hier alle Koffer ein, gebt sie einmal ab, lauft wieder zurück, sammelt das hier wieder alles auf. Und jetzt könnt ihr eigentlich ganz normal chillen, braucht nichts mehr zu machen. Theoretisch könnt ihr auch hier extra dafür, für die, die hier lange Zeit brauchen, einfach hier mit Fallschirm runterspringen. Ja, was heißt Fallschirm? Ich habe halt keinen. Naja, das war es dann eigentlich auch. Das war meine Runde. Mein Kollege gibt jetzt ab. Ja, genau. Also, das erste Team ist, wenn man dort vorne spondt und auf die Tanks schießen kann. Das zweite Team ist, der, wo warten muss, bis sein Kollege auf die Tanks schießt. Also, der, der wo einmal auf die Tanks schießt, der nimmt die Koffer dreimal auf und gibt sie dreimal ab. Der, wo Team 2 ist, der packt die Koffer nur einmal auf, gibt sie einmal ab. Beim zweiten Mal sammelt er sie auf und dann macht er nichts mehr, weil er ist im Verliererteam. Es ist immer ausgeglichen, weil immer einmal gewinnen, einmal verlieren, einmal gewinnen, einmal verlieren. So, jetzt seht ihr, ich bin wieder im Gewinnerteam, theoretisch. Spawn halt hier wieder an den 10 Koffern. Die 10 Koffer gehören natürlich nicht mir. Genau. So, jetzt zeige ich euch hier noch eine Runde, dann zeige ich euch die Einstellungen und das war es dann auch, Leute. Also, Leute, ich poste jetzt auch noch ein paar Glitches, Wallbreach Glitches, hier unsichtbare Autos Glitches. Ja, checkt einfach mal ab, ne? Ihr könnt eigentlich damit was ganz cooles anfangen. So, ihr habt diese Tanks abgeballert, nehmt jetzt die Koffer, gebt sie ab, lauft wieder zurück. Manchmal dauert es, bis die Kisten spawnen, also die Koffer, aber halb so wild. So, dann lauft ihr wieder zurück, sammelt sie wieder auf, gebt sie wieder ab, sammelt sie wieder auf und gebt sie das letzte Mal ab. So, das war es dann eigentlich auch schon so. Das macht ihr einfach 14 Runden lang, das heißt, ihr stellt auch 7 Runden ein. Man braucht 7 Runden, um zu gewinnen, wenn einmal eurer Kollege gewinnt, einmal ihr, dann passt alles. Man bekommt hier ganz schön Geld, also RP bekommt man auch ganz schön ganz noch am Ende. Also, es ist echt ein Hammer-Glitch. Und zwar ist es ganz simpel, ich werde euch den Link unten in der Beschreibung packen, einmal für die PS3, für die Xbox 360, für die PS4, für alles. Und über einen Daumen hoch, im Spiel und bei YouTube würde ich mich sehr freuen und mit L1 könnt ihr ja natürlich den Job markieren. Wenn ihr das gemacht habt, jetzt zeige ich euch noch geschwind die Einstellungen, was das für Einstellungen sein müssen, damit ihr insgesamt 14 Runden machen könnt. Und ja, genau, das war es. Das ist so easy, also damit verdient man so viel Kohle. Also, ich habe jetzt von Level 11 bis Level 55 mich so gelevelt und das hat insgesamt, glaube ich, nur 9 Stunden Spielzeit gedauert. So, jetzt zeige ich euch, was für Einstellungen ihr einstellen müsst. So, das dauert immer hier ein bisschen mit GTA, wie immer halt. Das ist GTA. So, hier stellt ihr 7 Runden ein und könnt einfach starten. Genau. Das war es dann auch schon, Leute. Also dann haut rein und vergisst nicht zu abonnieren. Ciao. Ciao. Ciao.